I don't know what that means. Und wir sind hier mitten im Kampf Sheamus gegen Big Cass um den American Title von NXT. Und das kann noch ein spannendes Match werden. Oh, was machen sie? Was machen sie? Oh mein Gott, durch den Tisch! Was für eine Echsen hier heute beim Match! Und der Rindrichter cover hat One, Two! Oh, aber Big Cass geht noch mal raus. Oh, und wir alle wissen, glaube ich, was dieses Zeichen bedeutet. Nämlich der Browkick kommt gleich. Und Big Cass liegt angeschlagen in der Ecke. Und jetzt kommt Sheamus angerannt. Jetzt hebt er seinen rechten Fuß zum Browkick an. Aber was ist das? Big Cass weicht aus! Oh, Sheamus guckt verblüfft. Und Big Cass muss schnell reagieren. Oh, Big Cass kommt mit dem Big Boot angerannt. Er kommt immer näher. Und da kommt der Big Boot! Und jetzt der Cover von Big Cass. One, Two, Three! Das Match ist zu Ende. Und Big Cass verteidigt seinen Titel. zu Ende. Vielen Dank.